Hallo, ich grüße euch ganz herzlich von der Fahrvorstellung des neuen Audi Q5. Ein komplett neu entwickeltes Auto. Audi sagt, keine Schraube ist gleich geblieben. Das Auto gibt es ab 45.100 Euro im Moment. Später soll es auch noch mit Schaltentwicklung kommen, mit einem etwas kleineren Motor. Dann kostet es noch weniger, aber ab 45.100 Euro im Moment. Interessante Technik drin. Neue Quattro Ultra als Alternative zu dem neuen Quattro Antrieb. Ein richtig schönes Auto. Ich denke, das wird eine gute Nachfolge sein und Audi wird sehr viel Erfolg haben mit diesem Auto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017